Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Naja Niemals Sie rennen nach Munchkinland, wir müssen sie aufhalten Die Munchkins werden sie aufessen Und das Munchkin-Keks-Fest wird schon bald beginnen Hier finden die uns nie Lieb Kuchenmänner, rennt da nicht rein, das Gebäude soll gesprengt werden Oh, hört nicht auf sie, das ist nur ein Trick, damit sie uns essen können Hier drin finden die uns nie Wir müssen von diesem flauschigen Ding weg, damit es uns nicht Bitte, wartet, wir wollen euch nur helfen Hey, Deuce, was hältst du davon, wenn wir ein paar Lebkuchenmänner anknabbern? Ja, ich nasche sehr gern, wenn ich unterwegs bin Lauf, da drin werden die uns nie kriegen Wartet, Lebkuchenfreunde Was, was ist denn mit denen los? Es sieht so aus, als bringen sie sich liebend gern in Gefahr Hey, gehen wir in die Bäckerei da, da sind wir in Sicherheit Ah, das ist echt das schlimmste Keksfest aller Zeiten Wo sind die Kekse? Sollten die nicht schon längst hier sein? Ja, wo sind sie hin? Wir haben... Das ist unerhört, so was gab es noch nicht Ich bitte euch, beruhigt euch erstmal und Dorothy wird schon in Kürze hier sein Ich kann sie nicht sehen Ja, und es ist ja nicht so, als würden diese Kekse auf magische Weise hier rein spazieren Tun sie das nicht? Aufessen? Hey, komm zurück! Feier frei, Jungs! Feier frei, Jungs! Kekse, 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 Kekse Halt! Ihr dürft diese Lebkuchenmänner nicht essen Warum nicht? Weil sie unsere Freunde sind Mann, bist du ein eigenartiger Kopf Bin ich ein Zauber? Schnarchmaterial Was gibt's sonst noch? Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang YouTube Channel abonnierst